So, wie kommen wir denn hier weiter? Autsch. Hehe. Okay, dann wollen wir sehen. Also, platt machen. Und durch. Hallo. So, die drei hole ich mir auch. Geht's hier weiter? Ne, hier ist Schluss. Okay, kann ich das da einfach rausnehmen? Ah ja, kann ich, sehr gut. Dann geht das da hinten zu, aber ich hoffe, hier geht das auf. Sehr schön. Okay, weiter geht's. So, nach rechts oder nach unten? Wollen wir mal gucken. Nach rechts geht nicht. Dann ist es einfach. Jo, das geht auch einfach. So, ach, da sind wir wieder bei dem Kollegen. Ähm, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich hier oben rechts hin. Werd bloß nicht frech. Ich habe schon Tore zerstört, als du noch nicht mal eine Skizze warst. Ach, machen wir jetzt einen auf schweigsam. Schweigen. Tja, können wir mit dem noch weiterreden? Kann ich den hauen? Ne, kann ich auch nicht. Okay, das heißt, ich werde den jetzt hier verschieben. Und zwar so, dass ich da hoch kann. Geht das? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Werde ich denn direkt dahin geschleudert? So, nochmal nachdenken. Also, ach, von hier oben kann ich... Aha. Jupp, von hier oben kann ich drauf. Also, so vielleicht. Jupp, sehr gut. Dann geht's hier weiter. So, brauche ich den Beat? Nee, komme ich hier vorbei? Leider auch nicht. So, oh, die sind rot. Okay. Dann gehe ich da durch. Aua. Ach so. Ah ja, weil die rot sind, heißt, ich muss mir einen Eingang suchen und dann da mitschwimmen. Na gut. Also so. Den hole ich mir schnell und dann mache ich mich aber nach unten weg. Sehr gut. 169, 170 haben wir jetzt. Bin mal gespannt, wie viel es gibt. So, das ging auch gut. Da kann ich mir wenigstens ein bisschen Leben mal wiederholen. Und dann geht's weiter. So. Die da oben brauche ich nicht. Ei, 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 ei. So. So, ich sammle alles ein. Also auch wenn man nicht richtig weiß, wofür ich die Extras brauchen werde, werde ich erst mal versuchen, so viel wie möglich zu sammeln. Gut, was haben wir hier? Nix, 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 nix. Hier muss ich dem einen verblätten, sonst komme ich da oben nicht durch. Gut. So. Au. Okay. Doof da reingeflogen. Sehr schön. Fast die Hälfte meiner Lebensenergieverbrauch. Nett. Gut, da oben muss ich was einsetzen. Definitiv. Ähm. Das heißt, ich muss nach da drüben rechts, also hier runter und mich beeilen. Oh, das schaffe ich nicht. Autsch. Ha, 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 ha. Jo, dann noch ein Versuch. So, da sind wir wieder. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, da. Okay. Also. Hier hoch, das ist noch einfach. Da darf ich nicht dran, sonst schickt er mich gleich unten rein. Ach, obwohl, ich könnte natürlich versuchen, die platt zu machen und dann da oben hin zu schwimmen. Dann versuche ich das mal. Also. Na? Na? Oh, knapp. Okay, aber so geht's. So geht's, so geht's. Also. Schluss mit lustig hier. So, ich sammle die wieder ein. So, ich sammle die wieder ein. Mach den platt. Ja. Schwimm da hoch. Und schwimm hier schnell durch. Sehr schön. So. Das war der erste Teil. Jetzt muss ich nur wieder da rüber kommen. Also. Dann sammle ich den ein. Achso, ich kann den nicht schlagen, während ich das Ding habe. Beziehungsweise verliere ich das. Okay. Na dann. Klappe und schnell durch. Sehr schön. So, jetzt sollte das aufgehen. Dann muss ich unten da nicht mehr vorbei. Auch gut. So, hier komme ich auch durch. Checkpoint. Okay, oben oder unten. Versuchen wir mal nach oben. Ah, wenigstens noch vier Stück. Jo, volles Leben habe ich noch. Dann geht es hier unten weiter. Oh, sehr optimistisch. Also, platt hier dran. Ja, klappt gut. Sehr gut. So, ah, hier unten ist auch noch. Sehr schön. Und dann geht es weiter. Achtungsschild. Na, Atomzeichenschild. Sehr gut. Nochmal Achtung. Das kann ich nicht deuten. Vielleicht einfach nur eine Qualle. Totenkopf, Atom und nochmal ein Riesenachtungsschild. Also, ich vermute, wir werden jetzt nicht gerade in freundliche Gewässer schwimmen. Tö, 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 Tö. Tö, Tö, Tö. Wollen wir mal gucken. Okay, ich sammle trotzdem erstmal fleißig weiter auf. So, da oben habe ich gesehen, da oben habe ich gesehen, waren auch welche. Okay. Okay. Noch sieht ja alles ganz gut aus. Ach, er ist wieder da. Na, ich habe mit deinem Bubble Buggy das Tor zertrümmert. Na, sehr nett. Hat's nicht anders verdient. Das geht denn ab? Das Teil brauchen wir sowieso nicht. Hey, könntest du bei deiner Schwester ein gutes Wort für mich einlegen? Hey, du bist steinalt und hast ein Hörrohr. Sie behauptet, sie sei ein himmlisches Wesen. Ich glaube, sie ziert sich nur. Na los, steig ein. Ja, dann will ich erst nochmal hier unten gucken, bevor ich einsteige. Siehst du, genau deshalb. Äh, ich komme hier nicht weiter runter. Okay. Kann ich nach oben noch irgendwas machen? Ne, na gut, dann steige ich ein. So, dann sind wir mit dem Bubble Buggy unterwegs. Ah ja, kriege ich die auch. Okay. Groovy, groovy. Oh, was ist denn das hier rechts? Das sieht ja cool aus. Da bin ich mal gespannt. Die werden uns ja auch gleich nochmal rüberkommen. Das ist Snare Jumpers. Was für ein komisches Vieh. Sieht nicht sehr freundlich aus. Tja. Okay, wenn das nicht freundlich aussieht, wird es uns wahrscheinlich wehtun. Kann ich hier... Oh, wir sind schneller als ich. Kann ich fliehen? Ich kann fliehen. Okay. Achso, da sind schon die nächsten. Tja, gehe ich jetzt hier lang oder links? Ich glaube, dann versuche ich es nochmal links. Die kommen ja immer vier oder fünf Stück. Oh ja, okay. Also ich darf den nicht berühren. Kann ich mich hier ausruhen? Sehr schön. Aber in dem Bubble Buggy kann ich mich selber heilen, so wie es aussieht. Das ist ja super nett. Dann mache ich hier mal mit. So. Achso, das war die Abzweigung, wo wir eben schon waren. Das heißt, ich muss hier nur durch. Sehr gut. Oh. Was ist denn hier? Immer zwei und dann ist nur Pause. Ja gut, dann schwimmen wir hier so mit. Und biegen ab. Bis wir uns merken, dass wir da rechts noch weiter können. Dann gucken wir mal hier. Ja, 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 ja. So, hier kommen wir auch noch runter. Gehen wir runter? Ja, wir gehen runter. Ich komme nie beim ersten Mal durch. Gibt es doch gar nicht. Gut, was ist hier? Ach, hier ist noch schon verlegt. Sehr schön. So, hier kann ich es platt machen. So, schnell, schnell, schnell. Ai, 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 ai. Oh. Also, ein neuer Versuch. So, hier war ich ja schon überall. Achso, oder muss ich da drüben das wieder einsammeln? Ich will ja möglichst viele von den, äh, von den Beat-Punkten haben. Gucken wir mal. Ja, tatsächlich. Ich muss die wieder einsammeln. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Biest da. So. Clever. Genau, einfach erst mal schön weitergefahren. Sehr schön. So, da muss ich also noch eine ganze Weile rum. Okay. Ah, ich schaff's wieder nicht. Nein! Immer dann, wenn man hängen bleibt, ist natürlich auch schon Geschichte. Tja. Na ja, dann also auf ein neues. So, wenn man ganz normal mitschwimmt geht's. So, und jetzt biege ich mal hier ab. Ich möchte nicht drüber reden. So, wo sind wir denn hier? Also, es gibt überall noch was einzusammeln. Dann mach ich das auch. Oh, kompliziert. Pause. So, wo sind wir denn hier? Oh, Black. Ach, hier bin ich nach oben gespült. Wo bin ich denn hier wieder? Ey, verwirrt in Symphonie, ja. Sackgasse. Schon wieder. Irgendwas hat die Umwelt hier aus dem Gleichgewicht gebracht. Ach, schade. Komme ich jetzt gar nicht mehr da rüber. Da war ich doch noch nicht fertig. Steig mal aus und schau dich mal um, was da los ist. Ich bleib hier und werd mal darüber sinnieren. Na, sehr schön. Ach, das ist ja schade. Dann haben wir jetzt da drüben aber... Oder kann ich hier zurück... Ne, ich kann nicht zurückschwimmen. Hey, wer da? Ja, 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 ja. Ich bin noch am sinnieren. Alles gut, ich gehe ja schon. Ja, ja. Kann ich hier oben hin? Ach, schade. Also, dann werden wir ein paar Diamanten anscheinend nicht kriegen. Gut. Nicht zu ändern. Ihr könnt ja, wenn ihr euch das Spiel kauft, das alles besser machen. Gut. So, dann sind wir hier. Hier sind lauter Halterungen. Da unten kann ich nicht lang. Wo werd ich denn hier hingeschleudert? Ach so. Ja gut, dann ist es ja einfach, hoffe ich. Also, so. Vielleicht ein bisschen weiter. Na? Gibt's denn das? So? Ne. So. Also, nächster Versuch. Knapp. So. Sehr gut. Dann geht's hier weiter. Tja, oben oder links? Ah ja. Oben geht nicht so gut. Dann links. Sterne. Aber es ist nur Diko. Okay. Oh, was ist denn das? V wie V? Ah ja. Ihr seid spät und wo ist euer Bubble Buggy? Sagt der Blaue. Äh. Also, das ist eine witzige Geschichte. Was machen die beiden eigentlich immer? Na egal. Nein. Tragisch. Es ist eine tragische Geschichte. Ich höre. Also, der Buggy wurde, ähm, gefressen. Gefressen? Äh. Ja, der Buggy wurde gefressen. Ähm. Von einem großen Fisch. Er war lila. Mit gelben Flecken und Zähnen. Genau. Zähne so groß wie ein Arm. Und mit einem Irokesen. Psst. Das reicht jetzt. Wir hatten Glück, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Ja. Wirklich schade. Ich kümmere mich später um euch zwei. Jetzt muss ich erstmal zu Prinz Maestros königlicher Ansprache. Aha.